Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Ganzkörper-Workout-Stunde. Wir werden uns heute wirklich jeden Muskel vornehmen, in Ruhe, machen uns erst ein bisschen warm und zum Schluss werden wir natürlich auch noch einen ausgiebigen Stretch dranhängen. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Wenn du zwischendurch Pausen brauchst, gönn dir natürlich eine Pause und setz dann einfach wieder ein. Ich habe mir auch was zum Trinken hergestellt, also wenn du möchtest, drück nochmal kurz auf Pause und hol dir was, dass du zwischendurch auch mal etwas trinken kannst und dann legen wir los. Wir atmen erstmal tief ein, durch die Nase und durch den Mund wieder aus. Nochmal einatmen und nochmal ausatmen. Zweimal noch, so richtig lang werden. Letztes Mal ein und jetzt streck und räkel dich in Richtung Decke. Nimm deine Beine mit, richtig ziehen, so weit wie es geht, in alle Richtungen. Du kannst dir natürlich auch gerne Musik anmachen, wenn du eine Musikuntermalung möchtest. Und dann löst du nochmal auf, schüttelst deine Arme aus und fängst ganz locker an zu marschieren. Geh am Platz, roll deine Füße ab, Fußbein anheben, Blick in den Horizont. Wir machen uns etwas warm, ganz bewusst wirklich bis zur Fußspitze. Leise auftreten natürlich, das ist immer faszial. Und dann tippst du vorne auf, rechte und linke Fußspitze im Wechsel. Wenn irgendwas nicht so klappt, dann ist es völlig egal, nie ärgern, einfach weitermachen. Auch ruhig in deinem Tempo. Und wenn du jetzt rechts vorne tippst, nimmst du deine gegenüberliegende Schulter nach hinten, links vorne rechte Schulter. Ja, also immer gegengleich, nach hinten, nach hinten. Klappt? Werde etwas größer, deine Ellbogen zurückziehen. Noch vier, noch drei, zwei und noch mehr gehen, ganz locker. Nimm deine Knie jetzt einmal nach außen, gleich die Hüftgelenke bewegen und noch einmal wieder nach vorne. Nach außen. Nach vorne. Nochmal außen. Da bleibst du jetzt. Komm einmal weiter in die Grätsche. Und wenn du von hier aus jetzt einfach außen tippst, verlagere dein Körpergewicht von der einen zur anderen Seite. Und die Arme wollen schon von selber mit, oder? Lass einfach mitschwingen, nach rechts und links. Wir mobilisieren zuerst alle Gelenke, die wir dann auch mobil brauchen. Und natürlich im Alltag auch mobil brauchen. Und dann nur deinen rechten Arm mal, ganz locker. Wechseln, anderen Arm. Ganz entspannt. Und dann nur den anderen Arm, ganz entspannt. Versuch jetzt beide Arme nochmal etwas höher zu nehmen. Das heißt, du drehst dich noch weiter auf. Rotierst die ganze Wirbelsäule. Und wirst wieder kleiner. Bleibst hier in der waagerechten und nimmst deine Ferse jetzt auch mal nach oben. Ferse nach hinten oben. Nur so weit, dass du jetzt nicht gerade schon den Po berührst. Und mal deine Knie nach außen. Nach vorne. Genau. Leichter, gell? Ohne Arme. Die darfst du jetzt ganz locker mitnehmen. Und gleich mal die linke Hand zum rechten Oberschenkel. Und umgekehrt. Dreh dich da auf. Jetzt müsst ihr auch langsam warm werden. Und nimm deine Hand mal zum Fuß. Versuch es. Dreh dein Hüftgelenk aus. Wenn es nicht klappt, nicht ärgern. Einfach versuchen. Möglichst geraden Rücken natürlich. Und nochmal die Hand zum Knie oder Oberschenkel. Aufrichten. Noch vier. Drei. Zwei. Und ohne Arme. Die Füße ganz locker abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse mal abrollen. Also es reicht, wenn einfach nur die Fersen hochgehen. Wenn du möchtest, kommst du mit deinem ganzen Oberkörper noch ein bisschen mehr mit. So wie es für dich okay ist. Fußgelenke nochmal ganz bewusst. Arm werden lassen. Mal doppelt. Zweimal auf einer Seite. Und noch einmal Tempo. Schneller. Doppelt. Und da bleibst du jetzt. Und versuchst, einen Schritt gesprungen oder Gehen von rechts nach links zu machen. Kannst gerne auch gehen. Immer so, wie es für dich okay ist. Dann gehen wir einfach an. Nimm mal. Bleib hier in Bewegung. Nimm deine Arme mal so nach vorne. Deine Handflächen zu mir zeigen lassen. Schultern ganz tief. Und jetzt schiebst du, wenn du nach außen gehst, deine Arme raus. Also ganz bewusst die Ellbogen hinten zusammenziehen. Und mal ganz kraftvoll deine Arme nach außen wegschieben. Übung für noch schönere Schultern. Für den oberen Rücken natürlich. Und bleib in Bewegung. Wenn du es kraftvoll machst, wirst du merken, dass es schon warm wird. Auch im oberen Rücken. Noch vier. Drei. Zwei. Und jetzt halte die Arme außen und schieb mal nach hinten. Ganz kleine, schnelle Bewegung zurück. Spür die Kraft im oberen Rücken. Zwischen den Schulterblättern. Dein Nacken ist ganz entspannt, oder? Gut. Ganz kleine. Dann tippst du mit deinen Füßen schon mal nach außen. Die Füße sind gar nicht das Schwerste, oder? Schultern und Arme. Noch vier. Drei. Zwei. Halte noch einmal. Und lass locker. Lass die Arme wirklich entspannen. Komm in eine große Grätsche. Knie nach außen. Warm. Gut. Und komm einmal tief Richtung Ferse. Ich zeige es dir mal seitlich. Gewicht nach hinten. Bauch spannen. Gewicht Richtung Ferse. Und wieder hochkommen. Du kannst gerne deine Arme einfach mal mitnehmen nach vorne. Und wieder hoch. Genau, Kräftigung, Beine. Wichtig ist, dass du die Knie wirklich Richtung Fußspitze zeigen lässt. Und mit dem Oberkörper aufrecht bleibst. Der Po ist dein Aufzug nach oben. Der schiebt dich nach oben. Geh so tief, wie es für dich okay ist. Noch vier Mal. Dann machen wir noch eine kleine Änderung ran. Noch zwei. Jetzt bleibst du unten dreimal. Eins. Zwei. Komm wieder hoch. Spann dein Gesäß an. Nochmal drei. Zwei. Komm wieder hoch. Drei. Zwei. Hoch. Wird es heißer? Drei. Zwei. Hoch. Gleich noch einmal. Und wenn du jetzt nach oben kommst, nimmst du dein rechtes Bein vom Boden weg. Einfach mal anheben. Komm hoch. Du kannst es auch in der Luft lassen oder tippen. Dann gehst du nochmal tief. Drei. Dann dein linkes Bein. Und hoch. Ich mache spiegelverkehrt. Nochmal. Hoch. Drei. Zwei. Eins. Hoch. Sehr gut. Geht noch zweimal. Nochmal tief. 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 Ein letztes Mal. Und jetzt bleib dein rechtes Bein oben. Stopp. Halte hier. Links ist über der Fußspitze. Bauch ist fest. Fußspitze anziehen. Und jetzt versuchst du, mal nur dein Bein nach oben zu heben. Bleib fest hier. Ganz fest. Außenseite. Kannst du auch immer wieder unten tippen, wenn es hier sonst zu wackelig ist. Merkt man was? Außenseite. Zehn. Neun. Gleichgewicht natürlich. Wir trainieren unsere Stabilisatoren vom Rumpf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Und noch mal drei tief. Eins. Wechseln. Andere Seite erst wieder ausbalancieren. Fußspitze zu mir. Bauch gespannt. Und los geht's. Wichtig ist, dass du hier fest bleibst. So ein Bein wird ganz schön schwer. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, ein. Und halte oben. Und runterkommen. Einmal auslockern. Dein Po entspannen. Und dann bleiben wir hier in einer leichten Grätsche. Immer noch mal Brustbein anheben. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Und jetzt kommen deine Hände zum Kopf. Die Arme, die Ellbogen, ganz kleines Stück nach vorne. Dann kannst du hier ganz entspannt sein. Merkst du, wenn man weiter zurück geht, zieht man die Schultern hoch. Also ein bisschen nach vorne. Und jetzt neigst du deinen Körper. Ausatmen auf eine Seite. Und zur anderen. Schräge Bauchmuskulatur. Ecken bleibt ganz ruhig und stabil. Wirklich nur Oberkörper bewegen. Bleib mal jetzt auf einer Seite und mach ganz klein. Du kannst den Arm auch noch hochziehen. Ganz kleine zur Seite. Noch drei, zwei, einen, Wechsel. Letzte Seite. Hier ganz kleine. Noch fünf, vier, drei, zwei, einen. Und zur Mitte kommen. Abstürzen. Einmal mit dem Brustbein nach vorne tauchen. Und den Rücken nochmal rund. Ich komme seitlich zu dir. Rund nach oben. Nochmal ganz gerade. Und nochmal rund. Und während du die Bewegung machst, darfst du mit deinen Füßen hüftschmal zusammenrutschen. Gehst immer noch Brustbein führend tief. Und rollst dich noch einmal wieder auf. Rücken gerade. Und rücken rund. Und jetzt bleibst du unten gerade. Ganz gerade Rücken. Gewicht auf deinen Fersen hinten. Bauch, Nabel. Den holst du dir in Richtung Wirbelsäule. Und jetzt nimmst du einmal den rechten Arm nach oben. Daumen in Richtung Decke. Dann ist dein Nacken entspannt. Und wieder ab. Rücken, Strecker, wechseln. Ausatmen. Und ein. Die Muskulatur, die dich streckt. Die dein Rücken streckt. Rechtser Arm. Wieder ab. Und linker Arm. Immer im Wechsel. Kann es auch so bleiben. Wenn du merkst, dir ist es anders zu viel. Dann machst du einfach im Wechsel die Arme weiter. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst es gut halten mit deinem Rücken. Nimmst du jetzt die Arme vor. Hältst hier. Bauch gespannt. Und ziehst da kraftvoll deine Arme zurück. Und schiebst den nochmal nach vorne. Bauchnabel nach innen. Grad voll zurück. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Also wenn du jetzt zu mir nach vorne schaust, dann wäre es ganz gut, wenn du dich seitlich hinstellst, dass du immer über die Seite zu mir schauen kannst und nicht nach vorne schauen musst wegen deiner Halswirbelsäule. Also ruhig mal schnell seitlich zu mir drehen. Und spür, wenn deine Arme lang sind, wie der Hebel da wirkt. Vielleicht auch den unteren Rücken spürst, die Muskeln. Noch zweimal. Bleib dann ganz lang vorne. Halte, halte, halte. Wenn du möchtest, mach ganz kleine Hackbewegungen für deine tiefe Rückenmuskulatur. Vier, drei, zwei, abstützen. Und den Rücken entspannen. Rück aufrichten. Mal den Rücken durchbewegen. Entspannen. Und wenn wir da gerade so stehen, hüftschmal, dann nutzen wir doch diesen Stand noch für einen knackigen Po. Lass die Schultern tief. Und jetzt setzt du dich nach hinten in Richtung Fersen. Und zwar so, dass du die Fußspitzen ein Stück abheben könntest. Also ganz weit nach hinten. Oberschenkel parallel zueinander. Setz dich tief. Brustbein öffnen. Schau mal rück zu mir jetzt. Genau. Und richte dich nochmal auf. Und zwar mit deinem Po. Der schiebt dich nach oben. Komm nochmal tief. Und komm nochmal hoch. Und du gehst so tief, wie es deine Knie zulassen. Also es gibt nicht gut und schlecht, sondern wichtiger ist mir, dass deine Oberschenkel immer parallel zueinander sind. Und dass dein Gesäß dein Aufzug ist. Fest nach oben. Sieben noch. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte dann unten. Versuch dich zu halten. So tief, wie es für dich okay ist. Und richte dich auf. Locker aus. Super. Komm eins weiter. Nach unten. Trink was, wenn du möchtest. Kurze Pause. Ausschütteln. Und dann kommen wir nach unten. Und gerne einmal kurz entspannen. Hände unter die Schultern. Dein Rücken in allen möglichen Richtungen. Mal durchbewegen. Und jetzt musst du einfach entscheiden, wie weit du nach vorne gehst mit deinen Händen. Die gehen nämlich jetzt mal weiter wie die Matte nach außen. Jetzt, wenn dein Po weiter hinten ist, deine Hände also hier sind, ist es leichter. Wenn du ein Stück weiter nach vorne gehst, aber bitte auch dein Brustbein mit nach vorne nehmen, deine Hüfte streckst und jetzt tief gehst, dann ist es schwerer. Genau. Brustmuskulatur, also dein Schwierigkeitsgrad. Brust in Höhe der Hände und los geht's. Tief und hoch. Wichtig ist, dass der Bauch gespannt ist. Nochmal. Tief gehen und hoch. Brustbein sinkt. Ellbogen zeigen nach außen. Bauch ist gespannt. Wenn es geht beim Raufgehen, ausatmen. Also tief ein. Und hoch aus. Gehen noch vier. Drei. Zwei. Und kurzen Moment zurücksetzen. Lange Arme. Wirklich entspannen. Falls du für deine Knie Kissen brauchst, kannst du auch gerne mal Pause drücken. Und dir ein Kissen holen. Handgelenke auslockern. Aber die brauchen wir auch die Kraft in den Handgelenken. Also man darf da auch mal was spüren. Und jetzt gehst du noch einmal nach vorne. So weit wie du möchtest. Und nimmst jetzt die Hände etwas enger. Kommst jetzt nämlich, egal wie weit du tief gehst, mit deinem Brustbein Richtung Boden. Und drück dich wieder hoch. Jetzt sind die Ellbogen ganz nah an der Taille. Der Trizeps. Winkerarm. Also nur ein paar. Nicht viele. Ausatmen. Es geht auch nur so. Du kannst auch nur ein kleines bisschen, so wie du das Gefühl hast, du kannst es halten. Noch zwei. Letzter. Und zurücksetzen. Sehr schön. Richtig lang werden. Und dann kommst du nach vorne. Auf die Ellbogen. Daumen zur Decke. Jetzt erst mal deine Knie. Unter deine Hüftgelenke. Deine Ellbogen unter deine Schultern. Versuch dich hier vorne rauszuziehen aus den Schultern. Also dein Brustbein so Richtung Decke zu schieben. Auch Nabel. Der ist innen oben. Wir können ihn mal kurz hängen lassen im Bauch. Und dann wieder hochziehen. Das ist der tiefe Bauchmuskel. Kurz hängen. Noch mal hoch. Und da oben hältst du ihn jetzt. Und jetzt versuch mit dem Ausatmen ein Bein mal nach hinten zu schieben. Bleib mit deiner Körpermitte da, wo du jetzt bist. Ausatmen. Andere Seite nach hinten. Und wieder ein. Aus. Und ein. Wichtig ist, dass sich hier nichts mit bewegt. Also dein Körpermitte bleibt völlig mittig und stabil. Und dann bleibt ein Bein hinten. Versuch dich zu halten. Bauch gespannt. Jetzt beugst du und streckst du dein Bein. Oberschenkel bleibt ganz ruhig. Rückseite. Oberschenkel. Bleib noch einmal in der Länge. Und versuch mit dem Bein kleine Kreise zu beschreiben. Mit der Ferse. Bauch spannen. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Absetzen. Kurz zurücksetzen. Schultern entspannen. Po entspannen. Letzte Seite. Einmal noch nach vorne. Baume zur Decke. Knie unter die Hüftgelenke. Und mit jedem Ausatmen schiebt jetzt ein Bein nach hinten. Erstmal wieder im Wechsel. Also rechts, links. Ferse schiebt. Und ran. Kontrollier, ob du in der Mitte bleiben kannst. Und dann hältst du das andere Bein. Ich hoffe, du weißt nur, welches war. Hinten. Bleibst mittig und kraftvoll. Augen und strecken. Oberschenkel bleibt möglichst ruhig. Noch fünf. Vier. Bauchspannen. Drei. Zwei. Halte dann hier. Und kreise mit dem Bein. Becken stabil. Bein. Fünfzehn. Halte. Und absetzen. Auslockern. Merkt man auch vom Stützen, oder? Die Schultern. Das ist schon okay. Die darf man auch spüren. Komm mal gleich eins weiter in die Bauchlage. Locker wirklich aus. Komm runter. Entspann dich einen Moment. Lass dein Becken ganz leicht nach rechts und links schunkeln. Und dann stürzt du dich jetzt eins höher noch einmal auf die Ellbogen. Handflächenrück am Boden. Zieh dich hier aus dem Brustbein raus und aktiviere noch einmal deine Körpermitte. Also Bauchnabel nach innen ziehen. Blick nach vorne. Und wenn du jetzt ausatmest, versuch mal Bauch einzuziehen und einfach nur den Po hängen lassen, Rücken rund werden lassen. Einatmen, Brustbein heben und ausatmen, Bauchnabel nach innen ziehen. Das ist der Bauchmuskel, Rückenmuskulatur, die du jetzt spürst. Ausatmen, rund. Einatmen, Brust raus. Wenn es nicht mehr geht, Pause. Mach es nur für dich. Ein und aus. Geht noch zweimal. Brust raus. Rein. Und ablegen. Stirn auf die Hände. Unterschenkel zur Decke. Und nach rechts und links pendeln. Locker. Und wieder. Und während du so pennen bist, kannst du dich ganz rüberwerfen zu mir, also die Knie auf eine Seite, sodass du dich rüberdrehen kannst. Ich rutsche nur ein bisschen runter zu dir. Und du auf einer Seite zum Liegen kommst. Kopf, den darfst du ganz bequem jetzt auf deinen Oberarm legen. Deine Beine sind so angewinkelt, im rechten Winkel. So ein bisschen tiefer hier wie ein rechter Winkel. Und dein oberes Bein hebst du schon mal an. Was mir jetzt wichtig ist, dass du die Hüfte hier wegschiebst, das Gefühl hast, unter der Teile Luft zu haben. Und hier haben wir ein Glas Wasser abgestellt. Das sollte also nicht runterfallen, indem du die Hüfte nach hinten kippst, sondern wirklich senkrecht stehen lassen. Heb dein oberes Bein. Gib mit der Hand ruhig ein bisschen Druck in den Boden. Und dann senke kraftvoll dein Bein und heb es wieder an. Knackiger Po. Kraftvoll, als hättest du ein Kissen zwischen deinen Knien, das du zusammendrücken möchtest. Jetzt bleibst du hier und versuchst dein Knie und deine Ferse aneinander anzunähern. Hier immer noch ruhig bleiben. Und dann lässt du dein Knie unten und versuchst deinen Fuß nach oben zu schieben, ganz kraftvoll. Jetzt schon. Bleib jetzt ganz weit oben. Halte, halte, halte. Und entspanne dich. Sehr gut. Gespürt? Wir haben ja im Stehen die erste Runde Po schon hinter uns gehabt. Deswegen kann es gut sein, dass du was gespürt hast. Bleib gleich so liegen. Streck dein unteres Bein, das obere. Holst du aber ein bisschen vom Boden weg. Genau. Unteres Bein lang. Fußspitze anziehen. Du kannst dich da auch gerne strecken. Unter der Teile wieder Luft. Und jetzt machst du ganz kleine Bewegungen hoch. Immer aus der Spannung für die Innenseite, Oberschenkel. Und dann. Und dann. Gehen noch zehn. Zehn, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Halte. Und locker. Rumdrehen zur anderen Seite. Hochstützen. Einfach rumkommen zur anderen Seite. Wir haben angefangen in der Seitlage. Beide Oberschenkel ein bisschen tiefer wie 90 Grad zum Rumpf. Die Hand stützt. Bauchnabel nach innen ziehen. Oberes Bein gleich mal anheben. Lass hier ein Glas Wasser stehen und schieb die Oberrüfte ein Stück von dir weg. Und los geht's. Tief und hoch. Kraftvoll. Jetzt bleibst du hier. Jetzt Knie zum Knie. Ferse, Ferse. Becken stabil. Bleibst eingedreht und schiebst kraftvoll nach oben. Nach diagonal oben. Wie gegen einen Widerstand. Ganz fest. Ein letztes Mal noch. Und jetzt halte ganz weit oben. Ein bisschen höher noch. Halten, halten, halten. Und locker. Super. Auslockern. Den Fuß vorne aufstellen. Unteres Bein lang strecken. Unter der Teile wieder Luft. Bauch fest. Und kleine Bewegung hoch tief. Immer wieder aus der Spannung raus trainieren. Noch zehn. Die Innenseite ist übrigens ganz wichtig für die Form der Beine. Beine für die Haltung. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte oben. So weit wie du kannst. Und locker lassen. Beine dürfen kurz entspannen. Dreh dich in die Rückenlage. Einmal abrollen. Kurz die Knie ranziehen. Ranziehen. Ein bisschen entspannen jetzt. Einmal hin und her rollen. Und dann stellst du nochmal nacheinander deine Füße auf. Lass die Arme neben deinem Körper. Schieb mit den Füßen jetzt in den Boden, sodass du merkst, wenn du drückst, dass dein Steißbein sich Richtung Fersen schiebt. Also in die Richtung nach unten weg geht. Und dann rollst du dich nach oben auf. Unsere Brücke rollst dich dann langsam wieder tief. Und das Ganze immer nur maximal zu den Schulterblattspitzen. Versuch ruhig jeden einzelnen Wirbel zu spüren. Was wir jetzt noch trainieren, ist die Rückseite. Untere Rücken, Gesäß, Oberschenkel, Rückseite. Und jetzt bleibst du mal oben. Nimmst die Füße etwas näher zusammen. Nimmst deine rechte Ferse und nimmst sie aufs linke Knie. Und jetzt machst du ganz kleine Bewegungen mit dem linken Fuß zur Decke. Das Knie zeigt in Richtung Decke. Gleich haben wir es geschafft. Noch zehn Stück, okay? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Halter. Fuß aufstellen, fliegender Wechsel. Andere Ferse nach oben. Und los geht's. Ganz kleine 30 Stück. Noch zehn, gib alles. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Halte nochmal oben so fest wie du kannst. Halte, halte, halte. Und Fuß abstellen. Locker abrollen. Beine auslockern. Hände hinter den Kopf. Bauch, Nabel sanft nach innen ziehen. Und mit dem nächsten Ausatmen hebst du jetzt deinen Kopf und deinen Schultergürtel. Ein kleines bisschen vom Boden ab. Versuch, Spannung im Bauch zu spüren, die wir jetzt, den Bauch, den wir jetzt trainieren. Nimm deine linke Hand zum rechten Knie. Atme aus. Komm wieder tief. Und deine rechte Hand zum linken Knie. Und wieder tief. Also, diagonal hoch und ab. Schräge Bauchmuskeln. Arbeite ruhig mit deinem Atem, deinem Atemrhythmus. Bleib drei oben. Eins, zwei, drei und ab. Und wechseln. Eins, zwei, drei und ab. Geht noch. Drei, zwei, eins. Letztes Mal jede Seite. Drei, zwei, eins. Letztes Mal. Dann bleibst du nochmal mit einer Seite. Ziehst dein Knie auch mit nach oben und drückst so fest du kannst gegen den Oberschenkel. Könntest jetzt den Kopf auch liegen lassen. Gib Druck, Druck, Druck und spür deine schräge Bauchmuskulatur. Atme weiter. Druck, Druck, Druck. Und wechseln. Andere Seite. Und Knie anheben und Druck. So fest wie du kannst. Halten, halten, halten. Immer noch halten. Und noch mal wechseln. Andere Seite. Druck, Druck. Gleich entspannen wir. Und noch mal lösen. Wechseln. Und ein bisschen Energie noch. Druck, Druck. Und noch mal wieder lösen. Und jetzt zieh beide Knie ran. Und nimm beide Hände von vorne und drück gegen die Oberschenkel. Der Kopf darf liegen. Drück so fest wie du kannst. Alle Kraft noch mal sammeln. Hände drücken, Beine drücken. Gerade Bauchmuskulatur. Noch vier. Drei. Das sind langsame vier. Zwei. Einen. Und Füße nacheinander aufstellen. Sehr fleißig. Lass deine Knie mal gleich nach rechts und links kippen. Und bleib völlig entspannt hier liegen. Und verdient vor allem. Du darfst gern deine Augen schließen. Deine Innenseiten, Oberschenkel aufdehnen. Deinen Beckenboden entspannen. Und wenn du jetzt noch in den Bauch atmest, dann dehnst du auch deine Bauchmuskulatur. Also wir haben alles geschafft. Wir haben mal durchgearbeitet. Dann schließt ganz vorsichtig deine Knie noch einmal. Streck dein rechtes Bein nach unten aus. Nimm dein linkes und drück in den Boden ein bisschen. Und heb dein Becken zur linken Seite rüber. Genau. Und dann kannst du nämlich dein Knie jetzt auf die rechte Seite kippen lassen. Die Arme rück ein bisschen mehr zur Seite. Den Kopf nach links. Und jetzt hat man das Gefühl, dass du mit jedem Ausatmen dein Steißbein ein Stück weiter in Richtung Fersen verlängerst. Schultern bleiben am Boden. Das Knie darfst du variieren. Mal höher oder tiefer. Und dann kommst du ganz vorsichtig wieder zur Mitte. Und was dir jetzt lohnt, ist, die Füße aufzustellen. Becken in die Mitte. Beine ausstrecken. Und mal nachspüren, wie sich die zwei Seiten anfühlen. Das ist eine Länge, oder? Wollen wir wieder gleich lang werden, stellen den Fuß auf den anderen jetzt, also rechts. Schieb dein Becken auf die rechte Seite deiner Matte. Und dann kannst du das Knie einfach hochziehen und nach links kippen lassen. Kopf schaut nach rechts. Und jetzt gefühlt dein Steißbein in Richtung Fersen verlängern. Mit dem Knie, mit der Höhe auch wieder etwas variieren. Ganz so, wie es für dich angenehm ist. Es gibt nicht, so gehört es. Spür einfach da selber so ein bisschen in dich rein. Was dir gerade gut tut. Was dir gerade gut tut. Komm, dann vorsichtig wieder zurück. Fuß aufstellen. Becken in die Mitte schieben. Nochmal vergleichen. Hoffentlich wieder gleich. Und dann holst du einfach mal nacheinander deine Knie nach oben. Mach dich klein. Lass nochmal dein Becken ranziehen. Und dann holst du schieb deine Fersen in Richtung Decke. Versuch so weit, wie du kannst, deine Rückseite jetzt hier aufzudehnen. Fußspitzen anziehen. Fass ruhig deine Oberschenkel. Dann beweg gerne auch mal deine Fußgelenke. Rechts und links im Wechsel. Strecken, beugen. Lass dein linkes Bein aufstellen. Mit der rechten Hand ziehst du dein rechtes Knie so ein Stück nach außen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder bist du hier angekommen, spürst deinen Hüftbeuger. Du kannst auch dein Knie links ausstrecken. Muss aber nicht. Und wenn du kannst, dann kannst du auch dein Bein fassen hier von außen und Richtung Boden ziehen. Also du machst es so, wie es für dich okay ist. Wichtig ist, dass dein Becken am Boden bleibt. Dein Unterschenkel möglichst senkrecht zur Decke. Auch hier wieder mit jedem Ausatmen ein Stück weiterziehen. Dann löst du auf, stellst den Fuß auf, wechselst, holst dein anderes Bein, Unterschenkel senkrecht. Entweder so, Knie senkrecht zur Decke oder langes Bein oder Fuß außen fassen und dein Knie Richtung Boden ziehen. So wie es für dich angenehm ist. Mit jedem Ausatmen ein Stück weiterziehen. Dann löst du vorsichtig wieder auf, stellst beide Beine auf, so ein bisschen breiter wie die Matte aufstellen. Dann kannst du jetzt deine Knie einfach mal nach rechts nacheinander zurück und mal nach links kippen lassen. Mobilisation Hüfte. Also zusammen zur Seite, aber nacheinander immer zurück. Deswegen nacheinander, weil wir dann nicht so viel Schwung aus dem Rücken holen müssen, sondern ein Knie ist immer leichter zurückzuholen wie beide. Kannst du einmal ausprobieren. und dann bleibst du gleich auf einer Seite liegen, drehst dich komplett mit, deinem ganzen Körper mit und drückst dich ganz langsam über die Seite nach oben zum Sitzen. Bleib erst noch mal einen kurzen Moment sitzen und es ist ganz egal, wie du dich jetzt hinsetzt, Schneidersitz oder aufrecht. Wichtig ist, noch mal locker lassen. Einem deinen Arm nach oben. Nimm inzwischen deine Schulterblätter und versuch ihn zwischen den Schulterblättern hier tief zu ziehen. Wir dehnen, genau den Trizeps. Seite wechseln, lösen, anderen Arm beugen, zwischen die Schulterblätter und tief ziehen. Nochmal auflösen, locker lassen. Du kannst, wenn du hier gleich sitzt, den Kopf einmal auf eine Seite kippen lassen, aufrecht bleiben, den Nacken aufdehnen. Ich freue mich immer auf einen Kommentar von dir, wenn du unten kommentieren möchtest. Nachher. Wenn es dir gefallen hat, ein Gefällt mir drücken. Nach vorne kreisen. Ganz langsam. Dann spürst du mal, wie schwer der Kopf eigentlich ist. Fünf Kilo. Zur anderen Seite. Ganz entspannt. Und vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Ich freue mich riesig, wenn noch ein paar dazukommen mit zum Beispiel 2,50 Euro im Monat oder 5 Euro kannst du mich unterstützen. Das steht auch noch mal unten bei mehr ansehen, da draufklicken. Deine Unterstützung heißt dieser Link. Und du kannst es auch jederzeit verändern. Also, du bist da nicht festgebunden. Vielen Dank an die, die mich bereits unterstützen. Jetzt lass den Kopf noch mal nach vorne hängen. Kann schwer, richtig schwer fallen lassen. noch mal aufrichten, ausatmen und beginne ganz locker mit deinem Rücken, mit deinem Oberkörper zu kreisen. und das Ganze auch in die andere Richtung. Ganz locker und entspannt. komm wieder zur Mitte zurück, richte dich auf, atme ein, atme aus, dreh dich jetzt auf eine Seite. Ganz geraden Rücken, so weit wie du kannst. Spür die Dehnung noch mal im Rumpf. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das kostenfrei tun. Bei dem Abo-Button rechts unten. Einfach abonnieren, drücken und dann bekommst du immer mit, wenn wieder ein neues Video von mir auf YouTube ist. Nochmal einatmen, zurückkommen, langstrecken und aus zur anderen Seite. Nochmal zurückkommen, langstrecken, räkeln und langziehen und auslockern über die Seite. Einmal auf die Knie, sodass du im Vierfüßlerstand landest, deinen Rücken durchbewegen. Vielleicht in irgendeine Richtung, nochmal wo du das Gefühl hast, da würdest du dich gern noch hinbewegen. und stellst du die Füße auf, kommst auf die Füße, stütz dich auf die Oberschenkel ab, mach den Rücken einmal kurz rund und dann nochmal ganz gerade nach vorne schauen. Nochmal rund, den Rücken nochmal ganz gerade und wenn du gerade bist, versuch dich langsam nach oben aufzurichten. Lass dir gerne Zeit, komm langsam zum Stehen, locker nochmal aus, atme ein. Wenn du ausatmest, holst du dir gleich ein Bein nach oben. Jetzt kommt der Test, ob die Balance da ist. Kannst dich gern noch irgendwo festhalten. dann fass den Fuß und zieh ihn zurück. Knie zusammen und versuch den Fuß mal in die Hand zu drücken, dass du die Behnung hier im Hüftbeuger spürst. Also wenn du möchtest, halte dich irgendwo fest oder balancier dich aus. Löse nochmal. Test, andere Seite. Anheben. Gleichgewicht finden. Gut. Knie zusammen. Den Fuß in die Hand schieben. Spür den Hüftbeuger und Oberschenkel hier vorne. Und noch einmal wieder auflösen, ausschütteln. Eine Dehnung noch für die Seite. Du nimmst jetzt mal das rechte Bein, kreuzt es hinten über links, rechten Arm zur Decke und zieh dich ganz weit auf die linke Seite. Spür die ganze Seite, Körperhälfte hier. Mit jedem Ausatmen lässt du dich ein Stück tiefer sinken. Und dann löse auf, wechsel die Seite. erst wieder Fuß parallel. Dann ein anderes Bein hinten kreuzen, Arm zur Decke und dich ganz entspannt nach rechts sinken lassen. Auch hier wieder mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer sinken, weiter entspannen, lockerer lassen. Die Seite ist gerne kurz. Die haben wir auch gequält. Also einfach mal dehnen, es tut gut. Mit jedem Ausatmen tiefer sinken. Dann löst du noch mal auf. Lässt locker. Lass deine Arme ganz entspannt schwingen, fleißig wirklich. Atme ein. Lass dich nur mal ausatmen, fallen. Einatmen, Länge. Ausatmen, fallen. Einatmen, Länge. Und dann streck und räkel dich. Jetzt noch mal gähnen und räkeln und stolz sein. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wirklich klasse. Wenn du bis hier hier durchgehalten hast, du kannst jederzeit Pausen machen zwischendurch. Öffne die Arme. Natürlich ganz stolz und aufrecht. Schultern zurückziehen, Brustbein heben. Einatmen, zurückziehen. Und ausatmen. Entspannen. Super. Sehr gut. Wenn du Lust hast auf mehrere solche lange Workouts, dann geh einfach mal auf meinen YouTube-Kanal. Da habe ich meine ganzen Videos schon in Playlists geordnet. Und da findest du auch einen Ordner lange Videos. Also einfach mal draufgehen. Da findest du auch Bauchbeine, Po, da findest du Fatburner, Wirbelsäulen, Gymnastik. Also ganz viele verschiedene Playlists, in die auch die Videos eben schon ein bisschen geordnet sind. Unten bei mehr ansehen, einfach mal draufklicken. Da macht sich eben diese Steady deine Unterstützung diese Seite auf. Wenn du Lust hast, mich zu unterstützen, würde ich mich freuen. Oder aber auch eben meine Homepage. Wenn du da drauf gehst, da stehen gleich auf der ersten Seite meine ganzen Termine, wo ich immer so unterwegs bin. Und dann sehen wir uns vielleicht mal irgendwo persönlich. Das würde mich auch sehr freuen. Mich freut es aber auch ganz einfach, wenn du Freunde einlädst und beim nächsten Mal wieder hier dabei bist. Bis zum nächsten gemeinsamen Workout.